Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spiele-Partys mit mir, hier sind Maxi, wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl irgendwo angekommen, ich weiß noch nicht wo, aber ja, werden wir gleich rausfinden, Fahrstuhl ist zu, geht also nur noch durch die Tür, oh wir sind draußen, da ist Leslie, also draußen finde ich immer ein bisschen cooler als irgendwo drin, okay, ja keine Ahnung wo ich hier hinkomme, aber ich dachte ich gucke mal nach, manchmal findet man dann ja noch Figuren oder sowas, ja oder sowas halt, ja, ah Kartenfragment, genau, sehr gut, Kartenfragment und 5000 von der Flüssigkeit, sehr gut, ich weiß nicht, die scheinen wir noch zu brauchen, sonst würden wir keine mehr finden, okay, ist auf jeden Fall gut, wenn man hier mal einen Abzweig nimmt und sich mal umschaut, aber das haben wir ja jetzt schon ein paar mal mitbekommen, ja und hier liegt auch noch was, super, ich bin ein bisschen besorgt, weil hier keine Mutantenhub oder sowas kommen, da ist Leslie, Okay, okay, und jetzt? Hm, er mag Regen. Ah, sorry Leute. Okay, der geht jetzt rein. Tja, dann müssen wir wohl folgen. Es nützt ja nix. Okay, ganz da hoch. Na, als ob. Also es war eigentlich klar, aber... Da ist noch was, sehr schön. Das ist zum Bauen. Schauen wir auch hier nochmal, um die Ecken. Da irgendwo was versteckt ist. Man weiß ja nie. Okay, ja, hier, noch mehr Bauteile. Das heißt, wir könnten wieder unsere Armbrust hier bestücken. Ja, viel haben wir echt nicht mehr. Vielleicht machen wir das lieber gleich mal. Auf jeden Fall hier. Okay. Denn die sind schon echt manchmal Gold wert. Wenn hier irgendwelche großen Viecher auf einen zukommen. Okay, ist wieder so eine Tür, die man nur langsam aufmachen kann. Wunderschön. Ha, Kontrollpunkt. Na, sehr gut. Okay, da können wir nochmal uns verbessern. Okay, aber wir kommen nicht zurück, sondern wir haben hier den Stuhl. Krass. Und können hier speichern. Alles klar. Na, wundervoll. Dann setzen wir uns erstmal hin. Und schauen mal, ob wir noch irgendwas verbessern können. 13.000. Geht hier überhaupt nix. Ja, Feuerrate halt. Aber ansonsten. Ja gut, die da kriegen wir halt echt selten Muni. Sniper-Schaden. Spanngeschwindigkeit. Das ist ja praktisch schneller hier. Zack. Nachladegeschwindigkeit. Okay. Das ist genauso wichtig. Ja. Okay. Puh. Und jetzt speichern wir, Freunde. Jetzt wird gespeichert und dann bin ich gespannt. Also ich bin eigentlich schon seit der letzten Folge gespannt. wie das jetzt hier alles enden wird. Heftig. Okay. Verbotene Zone. Ah, können wir auch nicht rein. Schade. Und wieder eine langsam zu öffnende Tür. Okay. Jetzt wird es wieder dunkel. Es wäre zu viel verlangt, dass es hell bleibt, ne? Alles klar. Ah, ist auch jemand drin? Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ja. Passen Sie auf sein Auge auf. Sein Auge. Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Okay. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Toll. Wundervoll. Wundervoll. Oh. Jetzt sind wir echt wieder hier? Okay. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Und zack. Gleich mal lieber verbrennen, ehe da wieder aufsteht. Super. Also wir sollen auf Rubiks Auge aufpassen. Na toll. Okay. Da kommen Leute gerannt. Polizisten. Okay. Ja, okay. Ja, super. Aber der braucht den doch. Nicht meine Waffe. Oh, yo. Oh, was ist der Laterne? Deshalb hat er die immer so festgehalten. Oh. Wer verbrennt jetzt gerade? Nochmal. Okay. Okay. Ah, ja. Sind das jetzt alles seine Augen, oder? Ja, na, wundervoll. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, genau. Natürlich kann da jetzt welche... Ich soll auf sein Auge aufpassen. Bring er da mit? Wundervoll. Aha. Okay. Was soll ich mit denen machen? Ah, Mist. Was ist das? Oh, no. Ich komme ja von überall jetzt hier. Okay. Einmal alle verbrennen, oder? Ah. Yo. Alter. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir hier jetzt genau machen müssen. Kann ich euch nicht sagen. Okay. Da ist Ruvik. Also. So eine Art Ruvik wieder. Ah. Oh, nein. Es ist sie. Die schon wieder. Komm schon. Okay. 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 Kann ich mich jetzt hier befreien, oder? Okay. Ja. Ist mir noch nicht ganz schlüssig, was jetzt hier passiert. Aber okay. Wir werden einfach mal nicht durchhasseln, würde ich sagen. Muni gibt's ja ein bisschen. Ja. Da kommen wieder die Gegner. Ich hab's überlegt gerade. Wollen wir die nicht irgendwo zusammen treiben? Und die dann alle mit einem Mal abballern, oder? Ah, Mist. So. Ja. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht, wenn wir hier oben... So. Schnell runter. Schnell verbrämmen. Ja, da kommen die Nächsten. Yo, der lebt noch. Ah. Alter. Okay. Verbrennen. Ich wollte C verbrennen. Okay, da kommen die Nächsten, ja. Spritze. Ja. Guck mal nicht, okay. Oh, yo. Schnell platt machen, so. Krass. Wie komm ich, wenn ich sonst auch das Maschinengewehr mal, oder? Ja. Nettlich. Yo, der lebt noch. Ich dachte... Okay. Wundervoll. Ganz wundervoll. Der lebt auch noch. Zack. Jetzt nicht mehr. Okay. Haben wir hier noch irgendwo Muni? Hier. Na dann mit. Okay. Ja, jetzt kommt dieser Rubik. Komm, schnell, 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 schnell. Lass mich, lass mich, lass mich. Yo. Da ist er. Hier ist er. Ah. Ich wollte den doch einfach nur kaputt machen. Aber ich hab ja nicht mal die Zeit, wenn das Vieh gleich kommt. Was zur Hölle? Ah, das nervt, Leute. Das nervt. Echt. Aber sowas von. Okay, die Viecher haben wir ja relativ gut jetzt in den Griff bekommen. Jo, wir gehen einfach mal direkt hier hoch. Vielleicht auch deine Soße, die Idee. Komm. Ah. Jo. Ah, der steht direkt vor dir, du Depp. Egal. Komm. Komm. Schnell verbrennen, oder? Jo. Halt's ab. Halt's ab, Mann. So. Genau, auf der nächsten Seite müssen jetzt schon die nächsten kommen. Ja. Darf ich mal? Ich hab da noch eine Granate, ne? Komm. Wir rufen ja einmal da hin. Ja, okay. Hat jetzt gar nicht mal so viel gebracht. Jo, der mit dem Maschinengewehr ist gleich hier. Ja, der hat ja noch mehr. So, zack. Verbrennen. Verbrennen hier. So, okay, jetzt. Jetzt müsste Ruby kommen, richtig? Sind die alle kaputt? Ja. Sind sie. Das ist halt echt fies. Ah, okay. Da kommt das Fies schon. Da kommt das Fies. Okay. Lauf, lauf, lauf. Okay, ist der kaputt? Ist Ruby kaputt? Der falsche, meine ich. Okay, lauf mal. Warum rennen die jetzt hier alle? Aber der scheint kaputt zu sein. Ah. Komm. Da unten lag mir nicht, glaube ich, Muni oder sowas. Okay. Oh, Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist gut. Das ist sehr gut. Ah, hier lag doch irgendwo noch was. Kann ich den verbrennen? Ich dachte, hier lag noch Muni. Ich brauche aber auf jeden Fall noch was. Okay, irgendwas ist hier komisch. Aber immerhin Kontrollpunkt. Ja, da liegt noch was. Genau, hier liegt auch noch was. Da liegt. Bauteile. Ja, Freunde, ich will mich jetzt hier umschauen. Ich will jetzt hier alles einsammeln. Hier ist ein Sniper. Okay. Hier liegt noch Zeug. Sehr gut. Oh, jo. Oh, wo kommen denn die alle her? Verdammt, ja, da lag was. Okay, ich habe es gerade gesehen. Hier ist noch eine Granate. Komm. Oh, wow. Habe ich gar nicht gesehen. Ich hasse es. Ich hasse es. Oh, jo. Was hat der denn? Hat der denn eine Armbrust? Ja, wir haben auch eine. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, echt jetzt? Das hat die anderen nichts gemacht. Oh, okay. Da hat er, glaube ich, einige von seinen mit erledigt. Das ist sehr gut. Warum sollte ich auch die erledigen, die am nächsten von mir ist? Es ist ein Raketen... No way. Okay, ja, das ist ein Raketenwerfer. Okay, krass. Schnell, lauf. Okay. Zack. Oh, habe ich ihn? Nee, nee. Kannst du mal hoch? Ja, danke. Ach, jetzt hat er eine Kettensäge. Ach, der ist denn wieder. Komm, hoch. Hoch, 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 hoch. Oh, du verdammter... Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Tun wir hier mal ein bisschen was. Wundervoll. Wunder, wundervoll. Wie ich die Kettensäge... Du sollst hochgehen, du Debt-Kettensäge hier vermisst habe. Als ob. Ich komm. Ja. Bam. Aua. Wer hat mich denn jetzt abgeschossen? Ah, hier die Kollegen wahrscheinlich. Komm, lass mich hier mal ein bisschen was sammeln. Yo, Freunde, was war das denn? Boah. Jetzt bin ich aber echt hier... ...heftig. Boah. Ja, und ihr kennt das von mir, ich mach den gern ein bisschen runter. Vor allem, wenn der nicht das macht, was ich sage. Okay, jetzt müssen wir hier erstmal uns wieder ausrüsten. Ich glaube, hier liegt ja noch ein bisschen was, genau. Ja, da oben, die Tür ist offen. Sehr schön. Hier liegt noch was. Ich meine, jetzt, wenn hier Ruhe ist, können wir uns das ja holen. Da wäre auch noch eine Fackel gewesen. Okay. Her damit. Spritzer. Ja, gut, können wir uns wieder volle Gesundheit gönnen. Wenn wir hier eine mitnehmen. Ach, das ist noch eine Flasche, echt jetzt. Aber die Fackel, die würde ich gern nehmen. Da habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Das war echt heftig, muss ich sagen. Hier war echt viel los. Und da mussten wir echt viel aushalten. Aber... Boah, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, ich hätte ja eher gedacht, dass wir vielleicht auch die Augen abschießen sollen. Aber anscheinend machen die überhaupt nichts. Hier ist wieder eine Spritzer, aber das ist halt echt krass. Wir haben relativ viel Gesundheit behalten. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Freunde, aber bevor wir jetzt da oben reingehen, würde ich sagen, machen wir noch einen Cut. Das sieht sehr super aus. Wundervoll. Und das nächste Mal gibt es dann hier das Finale von The Evil Within. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier an Spiele-Partys. Mit mir ist der Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.